Für die optimale Zubereitung verschiedener Kaffeespezialitäten benötigt man unterschiedliche Kaffeebohnen. Deshalb verfügt die Kaffee-OCI über den Bean Select, ein Zweikammer-Bohnenbehälter. Ganz gleich also ob Kaffeecreme am Morgen oder ein Espresso nach dem Abendessen, durch einfaches Umschalten zwischen den beiden Kammern könnt ihr so immer die richtige Bohne für euren Lieblingskaffee wählen. Und ein extra Pulverschacht bietet zusätzlich sogar noch die Möglichkeit bereits gemahlenen Kaffee zu verwenden. Viel Spaß mit der Kaffee-OCI. Euer Isabella vom Melitta-Team.